Soll ich dir eine kaufen und ich schick dir die und du kriegst mir das Geld? Du kannst ja ab 14 Uhr oder so streamen. Mach? Ich kann es machen, also re-rap. Digga, bei mir in Luxemburg gibt es wahrscheinlich überall welche. Luxemburg hat immer alles, Luxemburg hat auch immer Pokémon-Karten. HUUUH! Das ist von Physik her gar nicht, geht's! Also das... HUUUH! HAPPY BUUUH!